Ahoi meine sahnigen Sahnehäubchen, ich stelle euch heute den EV-Produzenten und E-Bus-Marktführer BYD vor, die mit ihrer Blade-Batterie eine der, wenn nicht sogar die effizienteste Energiespeicherlösung auf dem Markt momentan haben. Ich bin by the way auch selbst investiert, deswegen soll das Ganze auch keine Anlageberatung sein, sondern nur einen Auszug meiner durchaus zurückgebliebenen Gedankengänge, die ich mir zum Unternehmen gemacht habe. In dem Sinne, let's go! Der CEO Wang Chuang Fu, der hier in diesem Clip auch direkt die Illegalität von Drohnenkonsum legitimiert, ist gleichzeitig auch Gründer des Unternehmens, was ich schon mal als positiv anmerke. Und tatsächlich ist er auch der Hauptgrund gewesen, warum Warren Buffett schon fucking 2008 dick investiert hat und trotz einer Kurzvervielfachung bis heute über 20% am Unternehmen hält. Grundsätzlich ist BYD ein Mischkonzern, der in den verschiedensten Bereichen rund um Batterietechnologie mitspielt. Und wenn wir uns mal Grafiken wie diese hier angucken, sehen wir, dass der potenziell erschließbare Markt für BYD in den nächsten 10 Jahren exponentiell wachsen soll und auch die Kursrenditen könnten nach oben schießen. Genau genommen wird sich auf drei zugegeben sehr große Kernbereiche konzentriert. Das sind zum einen Elektrofahrzeuge, technische Komponenten und 8% des Umsatzes entsteht durch den Verkauf von Batterien. Wir nehmen jetzt jedes von denen nochmal einzeln unter die Lupe. Ich starte meine Analysen immer gern auf der Unternehmenswebsite. Das Ganze gestaltet sich hier ein bisschen verzwickter. Grüße geht auf jeden Fall raus an die europäische Marketingabteilung. BYDs Unternehmensgeschichte reicht mehr als 20 Jahre in die Vergangenheit und am Anfang standen vor allem technische Komponente im Vordergrund, weshalb diese Sparte 2007 auch selber unter dem Namen BYD Electronics an die Börse gebracht wurde. Der Mutterkonzern BYD hält by the way immer noch mehr als zwei Drittel der Anteile. Der 12 Milliarden schwere Laden ist ein Zulieferer für asiatische Handyunternehmen. Die größten Kunden sind hier Samsung und Huawei. Man stellt die technischen Komponenten logischerweise, wie der Name auch schon verrät, bereit, wie zum Beispiel die Akkus oder das Glas von den Handys. Standorte hat man schwerpunktmäßig in China, Indien, Ungarn und Rumänien. Und wie sich das als Zulieferer gehört, sehr geringe Margen. Allerdings muss man auch sagen, dass das dadurch kommt, dass man viel Geld reinvestiert, weil man auch dafür einen verhältnismäßig tiefen Bohrgraben hat und durch die vielen Patente als einer der innovativsten Unternehmen in dem Bereich gilt. Ja, was soll ich dazu noch groß sagen? Das Geschäftsmodell ist halt actually super stumpf, aber es klappt, denn man hat in den vergangenen Jahren eine sehr gute und vor allem auch stabile Umsatz- und Gewinnentwicklung hingelegt, die ja dann auch wieder den beiden spannenderen Bereichen zugute kommt. Wie ihr seht, hatte ich gerade einen kurzen Anflug von Kompetenz und war sogar dazu fähig, mithilfe dieses Knopfes hier die Seite auf Englisch endlich umzustellen. Deswegen hier noch einige kleine Ergänzungen, denn BYD Electronics ist noch in drei weiteren kleineren Bereichen tätig. Zum einen im Smart Home Bereich, dann nochmal beim autonomen Fahren, wobei man hier, muss man sagen, nicht so weit ist wie Tesla. Das ist einfach nicht die direkte Stärke von BYD, anders als die Batterien. Und dann auch noch in der Medizintechnik. Außerdem war man auch 2020 im Zuge der Corona-Pandemie weltweit der größte Maskenproduzent, was für mich einfach wieder die Managementstärke von BYD untermauert. Nutzen wir doch direkt den Übergang und kommen zu BYD, dem seine Batterie sparte. Innerhalb der vielen Jahre konnte man sich in die Top 3 der größten Batterieproduzenten weltweit kämpfen. Und man ist sogar der größte Produzent, der auch seine eigenen Autos vertreibt, noch vor Tesla, was laut Rights Law kostentechnisch super effektiv ist. Außerdem hat BYD in Deutschland 18% Marktanteile für Heimspeicher. Man bietet da die Komplettlösung an, also Energiespeicherung, Solarflächen, Pipapo. Und ich weiß, Deutschland ist jetzt No Front nicht so relevant für BYD, aber trotzdem wollte ich es mal angemerkt haben, einfach um zu zeigen, in wie vielen Bereichen man eigentlich doch mitspielt. Und es sieht auch nicht so aus, als hätte BYD vor, ihre aktuelle Marktposition zu räumen. Ganz im Gegenteil, denn erst 2020 wurde ihre neue Blade-Batterie angekündigt. Mit eingebauten E-Autos soll sie diesen eine Reichweite von 1000 Kilometern verleihen und innerhalb von sag und schreibe 5 Minuten kriegt man genug Ladung, um wieder 150 Kilometer zu fahren. Allerdings sind die 1000 Kilometer Reichweite unter Idealbedingungen gemessen worden und sollten deswegen mit Vorsicht genießt werden. Unter realen Bedingungen kann man immer noch gut und gerne von 700 Kilometern an Reichweite ausgehen, was wiederum Tesla unter Druck setzt, ihre Pläne bis 2023 auch wirklich durchzusetzen. Das Video zu Tesla findet ihr hier. Den meisten ist BYD vor allem wegen ihren Elektroautos ein Begriff. Hier habe ich mal eine Grafik zur Marktposition 2019 gefunden, aktuellere gab es da jetzt nicht, aber grob sollte die immer noch übereinstimmen. Auffällig bei BYD und deren Produktion ist, dass sie jedes Autoteil selber herstellen, anders als zum Beispiel VW, die sich ihre Teile von einzelnen Zwischenhändlern zukaufen. Das ist am Anfang erstmal mit sehr hohen Investitionen verbunden, kann sich aber langfristig durchaus auszahlen. Ja und der Markt im Allgemeinen sollte eigentlich jedem klar sein, der nicht gerade hinter dem Mond lebt. Elektromobilität ist einer der Wachstumstrends der nächsten Jahrzehnte. Erst kürzlich erschien die News, dass BYD über eine Million Elektro- und Hybridfahrzeuge verkauft hat. Vor allem in China hat man den Markt mit nicht autonomen, dafür aber preiswerten Modellen überschwemmt. Der ganze Spaß fängt bei 10.000 Dollar an, mal als Vergleich, das Model 3 von Tesla kostet mehr als doppelt so viel in China. Und bereits 2019 präsentierte man den E2, das ist der Kollege hier, der 400 Kilometer an Reichweite bieten soll, für einen Preis von gerade mal 15.000 Dollar. Erfreulicherweise konnte man aber trotz der Dumpingpreise eine Top-Qualität beibehalten. Wie wir in diesem Video sehen, wurde eine Nadel durchgesteckt, die Batterie wurde erhitzt und man ist komplett out of context, kurz ab mit einem LKW drüber gefahren. Und im Keim dieser Fälle haben die Batteriezellen Feuer gefangen. Damit gilt sie unter offiziellen Maßstäben als einer der sichersten auf dem Markt. Außerdem gab es erst letzten Monat positive News, die viele wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen haben. BYD liefert künftig die Batterien für einen polenproduzierten SUV von Fiat. Wo man gerade dabei ist, hat man sogar noch einen Joint Venture mit Toyota gegründet. Hierfür liefert BYD die Batterien, während Toyota massig Produktionskapazitäten bereitstellt. Nicht nur expandiert man in Länder wie Australien, wo man bereits gewaltige Partnerschaften knüpfen konnte, sondern mit ihrem BYD Tang auch nach Europa, genauer gesagt Skandinavien. Das Land ist besonders attraktiv, weil es hier kaum inländische Konkurrenz gibt. Und die Marktdurchdringung von EVs hier die größte weltweit ist. Sportliche 60% aller Neuverkaufe sind eben EVs, mehr als irgendwo sonst auf der Welt. Natürlich hat BYD aber auch Schwächen, die man sich als Aktionär bewusst machen sollte. Erstens stammt die Hälfte aller Autoverkäufe aus Benzinern. Das heißt, man kann damit rechnen, dass innerhalb des nächsten Jahrzehnts diese Hälfte der Verkäufe wahrscheinlich so ziemlich verschwinden werden. Und außerdem sind auch die Verkäufe von EVs, anders als bei Tesla im Zuge der Corona-Pandemie, geschrumpft. Was wir hier aber auch gerade sehen, ist die Commercial Vehicle-Sparte, also die Sparte der Nutzfahrzeuge, die einen sehr kleinen Teil ausmacht, auf den ich jetzt aber nochmal genauer eingehe, weil das einer meiner Investment Cases für BYD war. BYD ist einer der größten Anbieter für elektrische Nutzfahrzeuge. Allein 65.000 E-Busse wurden bis jetzt ausgeliefert, vor allem natürlich nach China, aber auch an die USA. Und auch die Orders seitens Südamerika häufen sich. Außerdem hat die spanische und italienische Regierung kürzlich erst testweise 130 E-Busse geordert. BYD hat in den USA auch aggressiv in Fabriken und Service-Center investiert. Das heißt, die E-Busse rollen auch schon längst vom Band und können auch direkt verkauft werden, anders als Teslas Semitruck, der erst dieses Jahr auf den Markt gebracht wird. Zu Hause profitiert man vor allem an der Förderpolitik, die dazu beitragen soll, die gesamte chinesische Flotte möglichst schnell zu elektrifizieren. In Shenzhen zum Beispiel wurde der gesamte Personennahverkehr mithilfe von BYD-Bussen umgestellt, auch um die Smog-Belastung in den Metropolen zu verringern. BYD verbessert den Personennahverkehr aber auch mit ihrer hauseigenen Skyrail-System. Hierbei handelt es sich um eine überirdische Monorailbahn, deren Einsatzgebiet in überfüllten Monopolregionen liegt, an denen es China ja offensichtlich nicht mangelt. Laut Firmenangaben beansprucht diese nur ein Drittel der Zeit, um in der Stadt installiert zu werden, im Vergleich zu einer herkömmlichen U-Bahn und auch nur ein Fünftel der Kosten. Ich möchte ja möglichst transparent sein, deswegen bin ich bei ungefähr 16 Euro kürzlich eingestiegen und auf den Cashflow wollte ich nochmal kurz eingehen, denn der ist wirklich auf Achterbahn angelehnt. Sehr schwankend, ist nicht für jeden was, aber ich persönlich mag das ja sogar relativ gerne, weil da sind die Quartalzahlen immer noch ein kleiner Nervenkitzel. Starten wir doch mal ins Fazit rein. Erstmal, BYD ist für mich ein klassisches Langfrist-Investment. Kurzfristig können, wie das halt für Wachstumsaktien auch typisch ist, die Gewinne gut und gerne mal hart abstürzen. Wenn man sich dessen aber bewusst ist, bin ich prinzipiell sehr bullisch von BYD. Der Konzern profitiert von einer 360-Grad-Integration, was natürlich erstmal sehr kapitalintensiv ist, aber auch der Grund, warum BYD jetzt in der Corona-Zeit zum Beispiel so mit der einzige EV-Produzent ist, der nicht an einer Chip-Knappheit leidet. Die Chip-Sparte soll ja auch innerhalb der nächsten paar Jahre eigen an die Börse gebracht werden, wo man nochmal viel Kapital einsammeln kann. Außerdem zeichnet sich auch so ab, dass die traditionellen Autokonzerne den steigenden Bedarf an Batterien nicht allein bewältigen können. Und auch hier rettet die helfende Hand BYD. Bewertungstechnisch muss ich sagen, ist es nicht ganz einfach, den Konzern zu bewerten, weil man sehr viele einzelne Geschäftsfelder hat. Aber die Marktkapitalisierung beispielsweise ist ja nicht mal ein Siebte so groß wie die von Tesla. Was natürlich aber auch nicht abstreiten soll, dass Tesla eine ernstzunehmende Konkurrenz darstellt, aber es zeigt einfach nur, dass noch sehr viel Platz nach oben ist. Zudem gab es einen sehr positiven Newsflow innerhalb der letzten Zeit. Man hat sehr starke Absatzzahlen im Mai veröffentlicht. Und es gibt Gerüchen zufolge auch Verhandlungen mit Apple bezüglich deren Elektroautos, die 2023 erscheinen sollen. Und wenn man das Ganze berücksichtigt, finde ich, dass BYD ähnlich unterbewertet ist wie kabellose Kopfhörer. Weil meine AirPods sind ja gerade in der Reparatur und ich habe mittlerweile so eine richtig irrationale persönliche Abneigung gegen Kabelkopfhörer entwickelt, weil man seinen gesamten Bewegungsapparat so richtig umdenken muss, ähnlich wie die CDU ihre Klimaziele. Und außerdem haben meine auch letztens out of nowhere einfach einen Wackelkontakt bekommen. Vielleicht ist das ja so ein Ding unter Kabelkopfhörern. Auf jeden Fall muss ich mir deswegen immer aufs rechte Ohr hauen wie so ein Knecht, um für die nächsten paar Minuten wieder in den Genuss halb guter Audioqualität zu kommen. Solltet ihr mich also mal mit Kabelkopfhörern sehen und den völlig legitimen Drang verspüren, mich anspucken zu wollen, wäre ich euch sehr verbunden, das einfach nicht zu machen. Es sind gerade erfrischende 33 Grad in meinem Zimmer. Ich rede komplett wirres Zeug. In dem Sinne bis zum nächsten Mal, dann auch aus der neuen Zentrale, aka in meinem Keller. Und jetzt verpisst euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017